Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Erlauben Sie mir, Sie zum Gebet des Engel des Herrn einzuladen. Beginnen wir es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach sie, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf das wir würdig werden der Verheissungen Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen, wie gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Puschor, der Wohltäter des KTV, wie gedenken der verstorbenen Angehörigen und Bekannten, gib ihnen die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihnen. Lasse sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, nährer Vater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht, im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. In eigener Sache darf ich das Programmheft zeigen, das Sie gerne bei uns bestellen können. Es kommt monatlich heraus und zeigt Ihnen das Programm, das Sie selbstverständlich auch auf der Homepage abrufen können. Dieses Programmheft gibt Ihnen die Gelegenheit, die regelmässigen Sendungen und das Monatsprogramm betrachten zu können, um die für Sie am besten weiterhelfenden Programmpunkte auswählen zu können. Gerne schicken wir Ihnen dieses Programmheft kostenlos zu. Aufmerksam machen möchte ich auch auf die Wallfahrt vom 3. November zur Mutter Gottes, der Knotenlöserin nach Augsburg. Es ist ein Tagesausflug. Der Fahrpreis beträgt etwa 45 Euro. Zustiegsstellen sind morgens um 6 Uhr ab Geretsberg bei der Familie Scharinger, nähe Burghausen. Um 7 Uhr morgens in Salzburg Hauptbahnhof, Ausgang Lastenstrasse. Oder es gibt auch weitere Zusteigemöglichkeiten entlang der Fahrtroute oder nach telefonischer Absprache. Anmeldungen nimmt gerne Frau Roswitwa Schalmoser entgegen unter der Telefonnummer 0043 664 73 22 45 80 oder per E-Mail f.schalmoser at gmx.at Die priesterliche Begleitung übernimmt Pater Joachim Reiter von den Legionären Christi. Ein weiteres Angebot für Exerzitien findet am 10. November bis zum 13. November in Lignitz statt. Es sind Heilungsexerzitien für Paare und Verlobte von 20 bis 40 Jahren, die eine glückliche katholische Ehe führen wollen. Es steht unter dem Leitwort toxische Beziehungen, Elternhausfolgen und Heilung. Anmeldung bei Pater Darius Stankiewicz unter single.exerzitien at gmail.com Vom 10. November bis zum 13. November in Lignitz, dem Ort des eucharistischen Wunders. Und es gibt noch Exerzitien, Einkehrtag im Kloster Hälfte vom 18. November bis zum 20. November unter dem Thema Die Bedeutung der Seelsorge bei Kranken und Sterbenden, geistliche Leitung, hat Pater Bernhard Gerstle inne von der Petrusbruderschaft. Anmelden kann man sich unter trudmann.barz.at-online.de Wer am Bahnhof in Eisleben abgeholt werden muss, möge sich bei der Anmeldung melden. Dann kann auch eine Fahrgelegenheit von Eisleben ins Kloster Hälfte eingerichtet werden. Also herzliche Einladung zu diesen Exerzitienmöglichkeiten. Es ist immer wertvoll, wenn wir auch Betrachtungstage, Gebetstage, Einkehrtage halten dürfen, um uns wieder bestärken zu lassen in unserem Glauben. Oder eben auch, um eine brüderliche Korrektur erfahren zu können und den Glauben läutern lassen zu dürfen durch die Exerzitienmeister, durch die Seelsorger, die vor Ort gegenwärtig sind. Gehen wir in einen weiteren Vorschlag, in einen Buchvorschlag hinein. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schuler. Ich rufe an wegen dem neuen Buch oder dem Buch über Garabandal von Michael Hesemann. Ich habe das jetzt gelesen und ich muss sagen, ich finde das total identisch, was hier Herr Hesemann in dem Buch alles schreibt. Und ich halte das für möglich. Und mich würde mal interessieren, was Ihre Meinung dazu ist. Und zwar steht da drin, von den Voraussetzungen von Garabandal, wo auch Bader Pio und die Mutter Teresa im Endeffekt mehr oder weniger bestätigt haben, dass die Marienerscheinungen stattgefunden haben, dass eben jetzt demnächst durch die Serien Conchita, die noch lebt, dass sie selber dieses Wunder, das geschehen soll, wo jeder Mensch dann erkennen soll, für fünf Minuten circa, wie er vor Gott steht und welche Sünden er hat. Und wenn sich dann die Leute nicht bekehren, dass dann die Strafe kommt, wie wahrscheinlich halten Sie das Ganze? Ich persönlich halte es für total authentisch und für richtig. Und ich bin überzeugt, dass das kommt. Mich würde mal Ihre Meinung dazu interessieren. Vielen Dank. Ich habe dieses Buch vor Augen, zu handeln und möchte es Ihnen sehr gerne empfehlen. Dieses Buch von Michael Hesemann, Garabandal, ist im Media Maria Verlag erschienen. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Es trägt den Titel Garabandal, Warnung und Wunder. Herausgegeben in Illertissen 2022. Die ISBN-Nummer lautet 978-3-94-79-31-4-6-0. Es handelt sich hierbei um das Buch Garabandal von Michael Hesemann. Wir wissen, dass Michael Hesemann sehr eingehend als Journalist, als Historiker auch Einblick hat in die Archive des Vatikans und seine Bücher mit grosser Gewissenhaftigkeit verfasst. Wir spüren, dass wir in einer sehr schwierigen Zeit sind, gegenwärtig. Ob es dann sich um die Endzeit, nicht das Ende der Welt, sondern um die Endzeit handelt, das möge uns zu einer grösseren Ernsthaftigkeit führen. Diese Frage können wir ganz einfach in die Gegenwart Gottes legen. Denn für die Zukunft ist der liebe Gott zuständig. Selber aber tun wir gut daran, den Weg der Umkehr und der Busse und der Wiedergutmachung im Glauben an das Evangelium klar, wahrhaftig zu gehen. Dann brauchen wir eben auch den Tag der Selbsterkenntnis nicht zu fürchten. Dann haben wir bereits Jesus Christus in der heiligen Beichte bei einem Priester um die Lohsprechung und erbitten dürfen, um dann alle Sünden, alle Lasten, Jesus vor das Kreuz zu legen und von ihm Vergebung der Sünden erbitten zu dürfen. Wie es sich verhält mit der Zukunft, da möchte ich ganz einfach empfehlen, möglichst vertrauensvoll, lauter, wahrhaftig und identisch zu leben. Den Glauben, denn in der Nachfolge Jesu Christi und in der Überlieferung der Apostel zu bewahren und uns von so vielen Bedrängnissen, von so vielen Verirrungen und Täuschungen nicht verwirren zu lassen. Denn wir haben beste Grundlagen, die uns geschenkt sind. Uns steht die heilige Schrift zur Verfügung, die wir nicht nur im Literal sind, sondern eben auch im geistlichen Sinn lesen lernen wollen, wie wir es in einem der vergangenen Tagesthemen etwas eingehender betrachtet haben. Die heilige Schrift steht uns zur Verfügung und im Katechismus haben wir auch die Grundlage unserer Kirche, die uns zur Verfügung steht. Ein dickes Buch, zwei dicke Bücher, die uns vorgelegt sind. Und gewiss werden wir so manches im Augenblick nicht verstehen. Dann brauchen wir das aber, was wir nicht verstehen, auch nicht einfach abzulegen und abzulehnen, sondern wir können den Heiligen Geist darum bitten, dass wir uns den Sinn erschliessen möge. Dabei kann uns auch das Buch Garabandal helfen. In der Deutung der Zeitereignisse möchte ich gerne empfehlen, doch sorgsam zu sein und ganz schlicht und einfach zu sagen, für die Zukunft ist der liebe Gott zuständig. Wir legen alles in seine Hände. Auch unser Bemühen, unser Leben, all unsere Schwierigkeiten, aber auch all unsere Freuden und unsere Begeisterung stellen wir ihm zur Verfügung, der uns heute leben lässt. Und wo es dann zu dieser Selbsterkenntnis kommen darf, wollen wir uns nicht erschrecken lassen, sondern unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen, der Mensch geworden ist, der den Weg des Leidens und des Todes gegangen ist, um uns Menschen zum bleibenden Leben zu führen, als Erlöser, Heiland, Sohn Gottes und Retter der Welt. In diesem Sinn mögen wir auch das Buch von Michael Hesemann, das ich Ihnen gerne empfehlen möchte, weil in ihm auch ersichtlich ist, mit welcher Gewissenhaftigkeit er die ganzen Daten zusammengetragen hat und uns auch vermitteln will. in dieser Gewissheit mögen wir dieses Buch ohne uns zu ängstigen, ganz im Vertrauen auf die Güte Gottes lesen und uns nicht verwehren lassen von dem, was in dieser Zeit geschieht, sondern vielmehr vertrauensvoll unser ganzes Leben, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dafür bitte der Gottesmutter Maria übergeben, damit sie uns zu Jesus Christus führt, der für uns eingestanden ist am Kreuz, damit wir leben dürfen. erlauben sie mir ein Gebet, ein selbstgeschriebenes Gebet zur Gottesmutter einblenden zu dürfen, damit wir es mit betrachten in diesen schlichten Worten, die auch uns selber geschenkt sein mögen, wo wir in die Gegenwart des Herrn treten und in die Gegenwart Mariens. Ich habe ein Gebet gemacht zu die Mutter Gottes, weil die mir so sehr leid tut. Ich lese es mal eben vor. Liebe Mutter Gottes, durch den gewaltsamen Tod deines geliebten unschuldigen Sohnes hast du in deinem Leben hier auf dieser Erde unfassbares Leid erfahren müssen. Zu dir haben wir großes Vertrauen, da du unsere Sorgen und Nöte nachvollziehen kannst. Wir bitten dich um Fürsprache bei deinem Sohn, damit wir im Gebet zu ihm lernen, seine Nähe zu spüren und vielleicht einmal seine Gegenwart zu fühlen. Wir bitten dich erhöre uns. Alles Liebe, Ihre Sendungen sind immer sehr, sehr schön. Dankeschön. Tschö. Gerne möchte ich mich bei Ihnen für dieses Gebet bedanken. Mögen wir mit eigenen Worten zum Ausdruck bringen, was wir vor Gott tragen wollen. Manchmal kann es auch sein, dass uns die Worte fehlen, dann bringen wir uns doch gleich selber ganz einfach in die Nähe des Heilands verweilen bei ihm, vielleicht ohne ein Wort zu sagen, legen ihm unseren Tag, unsere innerste Seele, unser Gewissen vor und bitten ihn, nimm unsere Bemühungen an, die oftmals und allzu oft unvollendet geblieben sind, unerfüllt vor dich getragen werden müssen. Wir sind vor dir, wir falten in unsere Hände im Vertrauen darauf, dass nicht unser Tun, sondern dein segensreiches Wirken alles vollenden kann. In diesem Sinn möchte ich Ihnen herzlich danken fürs Mit Dabeisein für diese Woche, die uns geschenkt ist. Im Gebet mit Ihnen verbunden möchte ich Ihnen auch gerne all unsere Anliegen anempfehlen, den Sender KTV, all die Anliegen, die uns zu erfüllen aufgetragen sind und wir beten auch gerne in Verbundenheit mit Ihnen für Ihre Anliegen, die Sie gerne melden mögen auf der Telefonnummer, die Sie eingeblendet sehen, 083 85 394 999 33 oder in der Schweiz die 071 58 09 25 Ich freue mich auf Ihren Anruf und wünsche Ihnen eine gesegnete mit der Gegenwart Gottes und Mariens erfüllte Zeit. 2 1 083 20 083 080 084 083 083 Vielen Dank.